ja alter wie soll man hier bitte die hirsche jagen ganz ehrlich du bist als die wie die mutter oh ich habe getroffen das hat mich gerade sehr überrascht scheiße alter der herrscher gerade seinen kopf in 180 grad gedreht und mich angeguckt das sah widerlich aus alter was ist los mit diesem spiel alter was war das für ein geräusch da ist er ok die brauchen auf jeden fall mehr als zwei feile die sind voll schwer zu jagen ohne spaß wo ist er jetzt da im wasser alter wie lange ich brauche um diesen einen hirsch zu töten wo ist er hin wo ist der herrsch hin wo ist der herrsch hin ihr wollt mich jetzt verarschen oder alter ich will nicht mehr der herrsch ist einfach auf jeden fall Vielen Dank.